Moin Mädels! Moin Jungs! Ich bin hier euer Karthusikane Kuschinski. Genau so sieht's aus! Auch in der Echtung. So, heute ist es mal wieder so weit. Wir nehmen mit den Jungs des Gula-Squats auf, aber das sind wir gar nicht mehr. Das ist vorbei, ist finito. Zumindest für die nächste Zeit, denn die Gnu ist mit dabei. Und ja, wir sind jetzt hier bei einer Session Dead by Daylight angekommen. Vielleicht habt ihr es auf den anderen Kanälen schon geglupscht, Alter. Und ja, wir suchen einen Namen für unsere Crew. Schreibt das mal. Die tollkühne Crew. Wer ist mit den Kroketten? Alter, die Kroketten-Killer. Ja, ja. Aktiven Freunde. Ihr seid jetzt Zeuge einer Runde Killer von mir. Ich hab nie Killer gespielt, deswegen werd ich richtig reinzacken. Also freut euch. Oh, der Hinterwälder. Und schmeißt die Klinklücken an. Kommentare in die Daumen. So. Jo, Kalle, willst du vielleicht mal die ganze Folge singen? Ja. Kalle, magst du twerken, während du zockst, Digga? Alter, ich hab grad übelst fast abgespuckt. Jo, Kalle, magst du mal richtig abspurken, Digga? So. Jo, Kalle, ich hab ne Frage. Ja klar, Digga. Ja. Der Gulasch Squad hat sich erledigt, Digga? Das... Nein. Alter. Boah. Alter. Ey, nicht, dass der Newstime gleich anruft und ein Video macht. Digga. Wenn du... Königst. Nein, nein, nein. Dann heißt es ja nur mit Frauenquote. Königen. Auf jeden Fall schreib mal einen korrekten Namen in die Comments, okay? Ey, und was heißt eigentlich, wir nehmen mit den Jungs vom Gulasch Squad auf? Ist Jasmin nicht dabei? Ja, aber... Ich hab doch gesagt, du ist auch dabei! Mann, mit... Alter! Ist ich mir auch dabei? Mit... Nein, er kommt! Mit deiner Kette, Digga! Och Mann, Leute! Ich mach keine Fehler! So. Also. Erstmal hole ich jetzt... Die da! So, Bruder! Der ist da, in die Richtung. Ich leuchte da. So, wo sind die Bluttröpfchen? Wo sind die Bluttröpfchen? Na, Henno? Na, er kommt hier, Digga. Ihr könnt mich alle mal blenden, Digga? Das geht nicht, Digga! Er hat den Perk, Digga! Oh mein Gott! Er hat den Perk, Digga! Oh mein Gott! Ich seh nix, Digga! Hat er den Perk oder das? Die Perk oder die Perk? Ja, die Perk! Na, wie viel hat das gebracht, Herr Nobliert? Moin! Ja, wir machen das Brett kaputt! Digga! Los den Brett! Ja, ich find Killerspielen richtig belohnt, Digga! Muss ich sagen! Hat er das Perk wirklich, Max? Moin! Oh, er steigt drüber wie so ein Achtbeiniger! Hallo! Ey, ich will nur Henno! Oh! Ach mit! Haben du Lass! Ach, Mann! Hier ist ja noch ein Fenster, Digga! Hey, hör doch mal auf die Generator zu machen! Digga, hier ist ein Achtarmiges Fenster wie so ein Beiniger! Und wieder, ah, ich kann nicht mehr! Aber er hat's nicht gecheckt, Digga! Du bist außer Atem, ne? Es war geblockt! Du bist übelig gut, Max, oder? Kann das sein? Ey! Du Affenzähniger, Affengeburtiger Huhn! Ey! Affenzähniger, Affengeburtiger Huhn! So, jetzt reicht's mir! Oh, Scheiße! Digga, er ist nach Meppen Süden entbrannt! Was macht denn der da? Das ist die Frage, ne? Er rastet aus! Scheiße, ich hab Henno verloren! Digga, du bist... Mayday, Mayday! Ey, ich find Killer so blöd! Man muss Leute töten, die man mag! Hier ist doch geil! Wo ist Henno? Also, ich mach nen Generator. Ah, da ist er ja. Echt? Komm mal mit, ich glaub ich weiß, was... Raus hier! Der gute Stube! Kalle macht Spaß! Oh, Scheiße! So, jetzt hab ich ihn! Schön abgeschletzt, den Bengel! So, du kommst jetzt mit... Ey, dich hab ich jetzt hochgepackt! Du kommst jetzt mit in meinen Gulaschstoff! So... Leute, nur zwei Generatoren! Ihr habt euch schweizt die ganze Zeit im Keller versteckt! Ihr dummen Kack! Du Huxelter! Ist ganz schön weit weg der Haken hier! Er rennt erst mal am Haken vorbei! Ehre, Kalle! Dreh dich mal um, Junge! Der wird viel kürzer! So hin komm ich! Ich schwör's dir! Ey, Heimmann! Wie geht das? Den hab ich allein gemacht! Scheiße! So! Und jetzt gibt's noch einen mit der Säge! Verstehst du das? Nein! Nicht mit der Säge! Oh nooo! Mach dir Generatoren! Mein Darm ragt raus! So, bei wem geht der Herzschlag? Ich hab doch hier grad jemanden hinterm Stein gesehen. Hä? Digga, lauf! Lauf hinter der Mauer! Lauf! Ich werd eh gerettet, Digga! Hehehehe! Hehehehe! Kalle ist so dumm! Aha! Scheiße, Digga! HENO! 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 Ich versteh... Ich bin geblendet, Bruder! HENO! 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 Hä? Wo bin ich hingelaufen? Ich lost in space? DIGGA! HENO! 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 Na? Wie sieht's aus? Mach man nicht den? So? HENO! Oh! HENO! Oh! HENO! HENO! was ich hier mache. So. Warum gehst du jetzt die ganze Zeit auf Max, campst du? Hä, klar camp ich ihn. Campe der schon wieder? Oh, letzte Folge war auch schon so viel gekämpft. Ich weiß gar nicht, was das für einer macht. Hat aber recht, Kuschinski. So, nee, warte mal, pass mal auf. Zeig dir jetzt noch mal meine Kettensurge. Nein, nein, nein. Hä, ich rall das Spiel nicht. Moment, du musst gedrückt halten, so lange läuft der. So lange läuft der. Ja, solange du gedrückt hältst, läuft der. Korrekt, dass einfach niemand losgeht, um mich zu heilen. Alle am Generator. Jetzt wenn sie zu zweit los, auch richtig taktisch klug, Digga. Du musst einfach mal überlegen. Hey. Oh, guck mal hier. Hier ist ein grüner. Hier ist ein grüner. So, sterbt sie. Sterbt sie. Sterbt sie. Sterbt sie. Hier steht sie. Er weiß alles ganz genau. Er steht sie. Oh, so ein Generator, so ein Generator. Ich wollte nicht massieren, du brauchst es. Geht grad nicht. Können wir nicht zu zweit massieren? Alter, ihr steht beide useless rum, Digga. Nein, nein, nein. Hä? Sterbt sich? Was war das denn? Jetzt hab ich dich. Ich steck dir keine Nadel rein, Alter. Was war das denn? Du willst dich ja aufgehangen. Na? Wie ne Weihnachtskugel. Ich versteh den Killer nicht, aber ist kein Problem. Ja, wenn du Rechtsklick gedrückt hältst, lädt da die Kettensäge auf. Ja. Du kannst auch loslassen, dann reduziert dich das wieder ein bisschen und kannst aber auch wieder Gas geben. Also wortwörtlich. Aber wie kann ich denn so richtig schnell laufen? Ja, Rechtsklick gedrückt hat und wenn die dann zündet, dann zündest du, Digga. Das ist multiple Zündung. So, Gnu. Nein. Na klar. Nein. Na klar, Digga. Na klar. Nein, Digga. Na klar. Nein, Digga. So, einmal Gulasch. Immer Gulasch. Das hast du gut gemacht. Das hast du richtig gut gemacht. Oh Scheiße. So, die haben wir erwischt. Jetzt hab ich alle außer Papu einmal. Aber du wirst jetzt ja auch nochmal weggesägt. Oh. Ich schau mir das von hinten an und lache. Ich kann dich nicht aufheben. Komm mal da runter weg. Bitte. Nein. Komm mal da runter weg. So. Ihr braucht nur noch einen Generator. Aber ich hab euch alle einmal außer Papu, ne? Wo ist denn eigentlich Hanno? Keine Ahnung, Digga. Ich würde die Suche aufgeben, Digga. HSV, Digga. HSV, Digga. Oh. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Ich bin bitte woanders hin. Hallo, Gnu. Hallo, Gnu. Hallo, Gnu. Hallo, Gnu. Den Moderator, was? Was? Wir machen die Tür auf. So. Die Frau wird jetzt aufgehöhlt, Hannoja. Aufgehöhlt. Diese Frau wird jetzt aufgehöhlt. Nein. Kalle. Keiner kann mich blenden. Nein, nein, Laufausgang, Digga. Das war dumm. Ich hab dich, Gnu. Sag, Gnu. Nein. Wo bist du? Wo bist du, Gnu? Da bist du, Gnu. Ich mach jetzt mal erholen. Halt dich. Halt dich. Halt dich. Digga, du musst auch irgendwie Hanno. Oh, nee, Hanno. Ey, nicht mich. Ich bin One-Tap. Komm her, Hanno. Komm her. Wieso bist du so schnell? Alter, du bist übel. Bist du irgendwie Harry Potter oder so? Du kannst zaubern. Ja, nein. Nein. Oh Gott. Hanno. Junge, du bist so ein Kacknoob. Du bist so ein Kacknoob. Scheiße, Bruder. Oh Mann, ich wollte wenigstens Hanno töten. Ich hab eh gedrückt. Das ist hart im Nehmen und dann sprintet er kurz. Da hab ich mich weggedrückt vom Hammer. So. Wer ist denn das Letzte? Du und Papu, ne? Du bist das Letzte, Digga. Oh, guck mal hier. Digga, schön um die Ecke. Lauf, lauf. Oh no, oh no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War auch geil. War eigentlich scheiße, aber war ein bisschen, ich hab fast genug getötet und fast Hanno. Ja. Ja, ich war One-Tap jetzt. Schade, Digga. Schade, Digga. Aber eine geht noch, oder? Na klar, aber jetzt würde ich nicht mehr Killer sein wollen. Geil, ich switch. Ich mach Killer. Nein. Killer, Digga. Ich würde gerne Killer spielen. Killer, Digga. Ja, aber ich bin schon geswitcht. Ja, ich auch. Das können wir alle Killer machen. Okay. Witzig, ne? Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. So, was nehm ich mit? Nehm ich die Halloween-Dose mit oder das überlicht. Nein. Da bin ich noch nicht so ein bisschen... Ich glaub die Bolus. So, ich hab natürlich von den Perks und so hab ich einfach gar keinen Plan. Ja, also bevor ihr jetzt in die Comments schreibt, ey, keine Digga. Entschuldigung. Nimm doch was anderes mit. Keinen Plan. Ich atme durch den Mund. Find ich geil, Digga? Ich atme durch den Mund. Gut. Dann Papu, gön. Ja, ich bin gleich fertig. Ich mach jetzt die Perks rein, die ich brauche. Bei mir wär's sofort losgegangen. Und, äh, zack, los geht's. Wird bestimmt wieder kämmen. Wird ne gute Folge, Freunde. Bleibt unbedingt dran. Watchtime und so, Digga. Du dachtest, ich sei dumm. Ja, klar. Und denk nochmal dran, ne? Schreibt nen Namen für die Crew in die Comments. Nu, Papu, Sterzig, Hanno und, äh, Hanno. 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 Ja, das war abgehakt. Hey, Digga. So. Jetzt kommen meine richtigen Skills zum Vorstand. Das habt ihr im Laufe der Woche ja schon bei den anderen gesehen, wie ich da die Runden fast gewonnen hab. Nee, das haben wir nicht gesehen. Wie ich da die... Also fast, oder? Fast gewonnen. Oh, du spielst ne Hinterwäldler, Digga. Na klar, Digga. Alter, das ist ja Heimspiel für ihn. Hast du gemerkt, dass keiner gelacht hat, Sterzig? Doch, wir haben alle gelacht. Wir haben wirklich alle gelacht. Ne, alle nicht. Na Na klar. Das ist ja Heimspiel für dich. Also, manchmal kommt von Sterzen zu richtig ein nicer Joke. Versteht ihr, wie ich meine? Neisser A-Strip. Neisser Jocke. Alter, hier ist Blaulicht. Alter, Lampkin Lane Haddonfield. Das erinnert mich voll dolle an Minecraft. Michael Meier. Minecraft. Eier. Michael Eiers. Michael. Michael's Eier. Ey, der hat jetzt schon die Säge in der Hand. Hör mir den Schnurzeln, Digga. Könnt ihr mal euer Maul halten, Digga? Scherzig. Wer ist jetzt der Killer Papo, ne? Papo, Digga? Jetzt hol ich dich. Hey, kurze Question. Wo habt ihr eigentlich eure Cam? Rechts oder links? Links oben, Digga. Ganz wichtig. Ah, nice. Jetzt musst du dodgen. Oh, warte. Echt? Links ist besser als rechts? Klar. Weil rechts sind die Perks. Ah, verstehe ich. Verstehe ich. Nein. Jetzt wo du es sagst. Verstehe ich. Gut. Ich hasse dich. Papo, wo bist du? Ich bin bei Gnu. 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 Schreibt's nicht in die Kommentare. Lieber Name für unsere Gang Gang Gang. Schreibt an einfach nichts in die Kommentare. Ey, wie gemein ist dieser Hund. Ich spiel halt diesen Champions dem ersten Mal.ophone kommt noch richtig gut ab. Champion, Alter, wenn du zehn Jahre Leute spielt. Ich hoffe, ihr nutzt es. Hey, ist dein neuer Champ? Hä. Hier steht normalerweise ein Generator. Hey. Die Maps sind zufällig generiert. Oh nein. Ich hasse mein life, oder? Nein! Wie du guckst, ey, du hast voll Angst bekommen, oder, Gnu? Ja, weil dein Rücken so fällig ist, und ich hab aufgeliege. Habt ihr schon einen Generator gefunden? Ja. So. Habt ihr schon einen Generator? So, Gnu, wo hängt er jetzt am Haken? Ist hier noch wer? Kann ich nochmal gegenschlagen? Nee. Gnu, ich würde dich retten wollen. Bin ich early? Ist in Ordnung, nächste Zeit. So. Ich muss nur noch auf den nächsten Bus warten. Ja, ist in Ordnung. Papo kämpft schon wieder. Papo kämpft, ne? Papo kämpft schon wieder. Oh, Digga, muss los. Digga, du solltest jetzt springen. So, Gnu, ich bin gleich da. Warte. Warte, Gnu. Du sollst warten! Ich könnte jetzt meine Kettensäge rausholen, aber ich lass es. Aber jetzt gleich nicht mehr. Was, Digga? Oh, durch Fenster. Weißt du warum? Weil mein Hammer so lang ist. Gnu, warte auch so lang. Gnu, ich hab einen richtig neißen Koffer, den nutze ich gleich erstmal. Oh, das steuert. Oh, das war in der Nähe. Max hat versucht, aber er war zu schlecht. War wie so ein... Erstmal kaputt machen. So ein trächtiges Reh. So ein trächtiges Reh. Oh, noch eine Halle am Bluten. Oder? Komm schon, Hanno, werd ich fertig. Du kommst, du kommst in den Garten, Max. Hier, hier kannst du hängen. Alter, Gnu, du blutest hier alles voll, ne? Das hör ich eben jeden Monat einmal. Okay, okay, okay. Wait a minute. So, tschüssi. Okay, komm mal mit. Zeig dir was. Ey, komm doch mit! Oh, hieß so ein bisschen. Nein! Hey, teilt euch auf, Digga. Oder wollt ihr euch heilen, Digga? Ich hab einen richtig neißen Koffer. Ich glaub heilen kann man... Er kommt grade zu euch, ne? Er sieht euch beide. Oh mein Gott! Boah, Hübel weggepfeffert. Ja, dann unternehme ich mal einen Fluchtversuch. Nein, nein, nein. Doch, weil wenn er jetzt... Also du kannst safe grade zu mir rennen, weil er sie aufhängt. Naja, ich mach das auch. Das ist ein riesen Zeitfenster, was du jetzt verschwendet hast, Digga. Also Hand of Blood, das muss jetzt aufhören. Das ist das 1x1, das kleine DVDs für das. Siehst du? Er hat nicht campen. Junge, er hat nicht gecampt. Du hast 80 Jahre gebraucht, Digga. Er camp. Er campen. Oh, Alter. Oh, übel den Zaun gemäht. Och nö, Max, komm. Mir geht's gut. Hast du ihn? Oh, hallo, hallo. 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 Nein. Du dachtest, ich laufe um den Zaun herum. Mir geht's gut. Das war dann... Alter, scherzig. Pass auf. So, freu mich nicht sein. Na, rangehen. Warum kann ich... Ich kann nicht halt... Doch, jetzt bin ich hier. Okay. Ich hab nicht gejoked. Man kann übrigens auch Haken sabotieren. Aber nur, wenn du einen Kasten hast, glaube ich, ne? Fertig, wo bist du eigentlich die ganze Zeit? Alter, wie keiner Gnu holt. Ihr seid solche... Hä, die hängt da schon wieder? Die ganze Zeit! Die sind aufgehangen, als du mich nicht geholt hast! Alter, Papu ist wieder am campen. Es ist unfassbar. Doch, können wir. Aber ich kann... Ich ignoriert mich einfach nur. Hey, Polar. Ja, aber du musst doch mal was sagen, Gnu! Hatsi! Mach doch mal die Augen auf! Also, ich hoffe, Gnu wird hier noch warm, damit die Kalerisch durchbeleidigt. Hey! Also, jetzt sterben hier die Leute weg, ne? Er ist auch tot. Oh nein. Jetzt muss nur noch der Sterzig. Oh, da ist er ja. Hallo Sterzig! Oh no! Hast du nicht gesehen, dass ich da bin? Doch, ich bin extra in deine Arme gelaufen, weil du mich aufregst. Also, Papu, so war das nicht geplant, dass du jetzt gewinnst, ne? Sorry, Mann. Das ist mein Video. Na gut, dann warte. Dann bringe ich dich. Ich bring kurz Sterzig zu dir. Junge, man sieht einfach seine Wirbelsäule. Die ist komplett schief, Digga. Du musst jetzt wigglen, Sterzig. Wigglen? Ich stell mich extra hier hin, damit man seine Aufnahme sieht. Das finde ich gut. Kleiner Zappelfilip. Alter, Sterzig hat sich befreit! Unnormal belohnt. Krass! Sterzig war im Handy, das hat man gesehen. Du, Sterzig, jetzt würde ich dich aber auch mal aufhängen wollen. Okay? Ging gut. So! Alter, du rauchst einfach weiter während du am Armex. Fluch, 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 Versuch. Warte kurz. So. Ja, warte. Noch mal, noch mal, noch mal. Er hat's geschafft! Nee, nee, Sterzig. Du, du nicht! Das ist nicht deine Aufnahme! Aber er ist auch nicht erblendet, Digga. Bin ich jetzt in einen anderen Garten. Nö, das will ich nicht. Nö, ich besteh auf mein, auf mein letztes Wort, Papo. Ich möchte wieder an denselben haken. Weißt du, Last Wish wird einfach nicht... Bist du zum letzten Mal jetzt aufgehangen worden, oder? Nein, Digga. Nein, Digga. Nein, 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 nein. Kannst du noch retten. Kannst du noch retten. Ey, ich höre hier... Da tret' ich gegen. Da tret' ich gegen. Da tret' ich gegen. Da tret' ich gegen. Ach, Schande. Jo, während du rennst, dann kann der dich sehen. Deine... Also, deine Spuren. Das ist jetzt auch genau... Ja, aber ich kann ja nicht da... Nee, ich meine nur eher Kalle, Digga. Ja, 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 I know. Ach so. Ich dachte, du weißt es nicht. Okay, stert' ich. Jetzt kommst du wieder an den Hacken, ne? Du kannst jetzt die Luke suchen, Digga. Ja, ich such schon. Ich lebe doch noch, Digga. Aber die spawnt jetzt erst gleich. Doch, noch lebst du. Ach so, die spawnt dann jetzt? Ja, ja. So. Kannst du nicht so lange heilen, Digga. Ach so. Bin schon geheilt, Digga. Nice, Digga. So, jetzt such einfach die... Scheiß... Luke. Hier kann die spawnen links von dir. Am Haus. Bei der Veranda, Digga. Wie kann die spawnen? Noch kann die nicht spawnen. Das kennt sich aus, weißt du? Ach ne, die ist schon gespawnt. Die geht nur noch nicht auf, genau. Ja. Frage ist, where is it? Okay, ne, hier nicht, Digga. Aber wenn du sie findest, sag mal Bescheid. Nicht rennen, Digga. Nicht rennen, Digga. Ich suche, ich suche. Normal gehen. Ganz entspannt aus der Hüfte. Na klar. Du musst immer bedenken, der... Der... Der hat first person. Das musst du abusen, Digga. Ja, du hörst den Sound auch. Geht sie nicht. Da hat es entspannt, Karne. Na klar, ich mach einen ruhigen. Mach einen ruhigen, Digga. Mach einen ruhigen, Karne. Oh, hier ist Feuer. Das ist schön. Mach einen entspannt. Ich weiß ja nicht, was für einen Sound ich hören muss. Das ist so ein Eiermann-Geräusch. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Nein. Also es ist halt original genau dieses Lied. Nur auch im Deutsch natürlich. Das ist halt original genau das. Stell dir vor, du kommst so nah, man hört so ganz leicht und dumm. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Kann bestimmt mit dem Spiel ziehen, ne? Wenn Papu die findet, dann campt er dort, ganz dingbaldig. Papu campt die ganze Zeit. Papu ist ein Camper. Ich bin Camper. Camper-Schwein. An die Wand. Ich will einmal so eine Luke finden. Ich hab's noch nie geschafft, eine Luke zu finden. Ich hab's geschafft in meinem 24 Stunden Stream. Abonniert den Kanal. Okay. So. Das würde ich rausblieben. Könnte die auch im Keller sein? Ne, oder? Wer weiß. Ich weiß auch nicht, wo Papu ist. Lost in Space bin ich. Lost in Space. Oh. Also ich glaube, in der zweiten Etage kann ich nicht sein, Kalle. Ach so. Hä? Vielleicht im Keller, wa? Ja, geh runter. Ne, so auf Veranden ist die gerne mal, Digga. Veranden, Alter. Veranda. Verandi. Hm. Gandhi? Walach mit Hamdullah. Walach Aqua. Aus der Knabe. Hast du die Luke schon gefunden? Ne, ich such sie halt wirklich, ne? Alle ist grad schweiß so in deiner Arschritze. Jaja, Arschwasser ist auf jeden Fall vorhanden. Aber wo ist die Luke? Luke Skywalker. Nicht so nah am Rand. Nicht so nah am Rand. Das muss nicht zwingend. Er patrouilliert bestimmt auch nur den Rand ab, weil er dumm ist wie so ein Hinterwälder, Digga. Geh rein, geh rein, geh rein. Geh rein, geh rein. Geh rein, geh rein. Geil. Geh rein, geh rein. Geil. Jetzt links. Genau. Christo, rechts von dir ist die. Wie sieht ihr denn aus? Wirklich? Ich hab gar keinen Plan. Ich hör sie. Ich hör sie. Ja. Digga. Warte, warte, bis er kommt, Digga. Ich will sie sehen. Wo ist sie denn? Ich beschäme ihn richtig, Digga. Wie schnell geht das mit dem Knopf? Incent. Kann dich nicht dran hindern, Waller. Komm doch! Ich geb dir ein SOS-Zeichen. Kurz. Lang. Kurz. Lang. Kurz. Du bist ganz weit davon entfernt, Kalle. Ey, Papo. Jetzt wärmer. Es wird wärmer? Wärmer. Wieder kalt. Oh, meine Lampe ist kaputt. Ganz kalt. Oh, meine Lampe. Hier warm? Papo. Ja, ich such doch. Geh doch in die Luke. Eiskalt, Digga. Ist so schlecht. Wärmer. Sehr warm. Übelst warm. Wärmer. Warm. 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 An einer Parkbank. Zwischen zwei Gärten. Warm. 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 Ja, da hier. Guck mal, da bin ich doch. Oh. Klatsch, Digga. Jetzt geh rein! Nein, Digga. Das geht instant. Er kann sich auch nicht interrupten, Digga. Komm doch jetzt. Ich will dich beten, aber du meinst es nicht. Komm doch. Nein, 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 nein. Ja, meine Leute, Freunde. Das war die erste Woche mit unserer neuen Gang. Äh. Das gute Aschwort gibt's natürlich noch, ne? Das ist doch die ganze Gangs auf New York, Digga. Genau. Gangster. How to feel Gangster. Ähm, so. Letztes Wort geht an Gnu. Na, ja. Ähm. Oh, ich freue mich ein Teil von euch zu sein. Ja. Das war mehr zum Wort, ne? Du bist raus. Jut. Also schreibt den Namen in die Comments, schaut bei den anderen vorbei. Tschüssi Kosti, wir sind Audi Papaudi. Tschüssi. Audi Papaudi. Tschüssi. 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 Tschüssi.